Hallo, ich bin jetzt in Sanaru oder ich gehe jetzt zu dem Wasserfall. Also die Gäste sind ja vorgegangen mit dem Jati, mit dem Guide. Und ich gehe jetzt nachts und wir werden heute die zwei Wasserfälle hier besuchen. Wir sind jetzt hier in dem Regenwald von Sanaru am Hang des Mount Rinca nicht. Also wir sind jetzt, wie man jetzt an der Tagesfahrt, also Wanderung durch den Regenwald und wir wandern durch den, also durch Reisfelder und Regenwald. Oh, ich bin mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 der Regenwald so viele Treppen der Regenwald der Regenwald nach der Regenwald bei der Regenwald flutte der Regenwald Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein bisschen. Ein bisschen. Das ist der upige Seenwald. Wir müssen viel laufen durch die viele Treppen hier in dem Südenwasserfall in Zendangila. I don't know. Da geht es zum Sondangira Waterfall oder TK Lab Waterfall, dann ist der Ausgang. Da geht es zum Sondangira Waterfall. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, Wanderung durch den Regenfeld. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ist das Bewässerungssystem. Also das Wasser geht hier dann in die Felder. Ja? Okay. Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020